Die Frau vom Schmitze schenkt, geht jetzt als Mann ne Käng. Die zieht sich nur noch an und aus und bringt ne Pünge Geld nach Haus. Die Frau vom Schmitze schenkt, geht jetzt als Mann ne Käng. Die zieht sich nur noch an und aus und bringt viel Geld nach Haus. Wenn sie so übern Laufsteg schwebt, wirkt jedes Kleid so schön, dass jede Frau gleich danach strebt, genauso auszusehen. Die Männer aber stöhnen leis um jeden Preis. Die Frau vom Schmitze schenkt, geht jetzt als Mann ne Käng. Die zieht sich nur noch an und aus und bringt ne Pünge Geld nach Haus. Die Frau vom Schmitze schenkt, geht jetzt als Mann ne Käng. Die zieht sich nur noch an und aus und bringt viel Geld nach Haus. Die Frau vom Schmitze schenkt, geht jetzt als Mann ne Käng. Die Frau vom Schmitze schenkt, geht jetzt als Mann ne Käng. Und die Frau vom Schmitze schenkt, geht jetzt als Mann ne Käng. Die Frau vom Spitzeschenk, geht jetzt als Mann den Gän. Die zieht sich nur noch an und aus und bringt ne Pöngel jetzt nach Haus. Die Frau vom Spitzeschenk, geht jetzt als Mann den Gän. Die zieht sich nur noch an und aus und bringt ne Pöngel jetzt nach Haus.